hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren folge elder scrolls online so ich muss zuerst mal hier ich war mein mit dem controller ging nicht ich habe neuen controller dran ich habe mir ein controller von turtle beach ja ich dachte ich gucke mal weil bewertungsmäßig war bei amazon recht gut sicherlich ist immer ein oder andere rezession dabei also hast du überall habt ihr habt ihr schon mal aufgefallen oder ihn oder andere immer ist irgendwie negativ bewertung usb stick festplatte alles funktioniert kaputt nach einer woche in meinen ganzen jahrzehnten die bei amazon bestelle ja hatte ich eine festplatte bei die die am anfang geklackert hat das war eine track store platte war doch letzte mal dass ich track store geholt habe ich war immer überzeugter track store jünger sag mal und seit diesem moment bin ich bestand digital jünger auf jeden fall das war das einzige mal wo ich auch zurückgeschickt habe das was nicht funktioniert hat naja so wir werden mal gucken wie das funktioniert ja alles hier tagebuch okay wir müssen erst mal gucken wir überhaupt machen böser handeln wir sind hier soweit durch wir müssten jetzt eigentlich haben in den letzten folge gemacht wir haben hier irgendwas gemacht ich weiß nicht mehr was wir gemacht haben verdammt ich habe noch die beiden folgen noch ja nicht fertig muss ich sagen kam ja mal wieder nix und ja so jetzt benachrichtigungen tägliche belohnungen ja gibt mir mal her so wir müssen mal gucken wir haben wir schon wieder nachrichten ohne ende das alles hier handwerksmaterial funktioniert er liegt ein bisschen ungewohnt in der hand hat 1 wird mich stört sind das hinten so wo meine meine mittelfinger sind dass wir noch zwei knöpfe sind wie es ja lieber die machen die sind aktuell nicht belegt weg eigentlich ja weil ich nicht die turtle beach plattform runtergeladen habe so dann lass uns mal gucken wir haben da war kassandra tiefer warte mal war wo ist jetzt sind doch hatte ich mir nicht irgendwo wird aufgeschrieben gehabt verdammt jetzt geht wieder los hier die so damals meinen hier in lilmuth nähe schmiede wo ist denn die schmiede da hinten war die schmiede obwohl die sachs lehl gerne in stämmen um einen hissbaum leben ist lilmuth eine handelsstadt ohne echte obrigkeit da gibt es in dieser stadt so viele reisende tiefer im sumpf leben die stämme eher zurückgezogen und sind feindseliger gegenüber außenstehenden professorin könnt ihr uns sagen was ein uxid beko ist ich habe dass manche agonia sagen hören aber ich kenne den begriff nicht aber wo ist denn wo ist denn die schmiede überhaupt würde man hier musik schneider lederer rüstungsmacher wird ja wo sind die schmiede dies hier unten irgendwo in der nähe von der schmiede das da unten da lang ich muss das mal wieder klarkommieren ein bisschen eure augen sind so reizend wie schlammige pfetzen tief im sumpf peitschenschwanz den wollte ich da wollte ich hin habt ihr gehört dass es jyrodilische sammlungen geschafft hat den goldenen schädel von bela k zu bekommen was wirklich na dieses artefakt war jahrhundertelang verschollen ist der das gewesen ne das war der doch ja nicht der stand doch hier irgendwo auf dem haus warte mal geh mal kurz noch zur schmiede weil man die warte unten okay wo die ist durcheinander wo die ist ist durcheinander aber das ist ja auch eine schneuert wo die der ist schon mal ein bisschen während der sie hier in abfiedelt ja wo macht das mal alles klar 23 tage 23 tage weil ich euch das mal so verwursten haben wir noch zwei sachen x festhalten annehmen alles klar da haben wir nichts da sind wir auch schon fast man erzählt sich er hätte die nacht die agon ich habe es gerade gehört jemand fand dann leid tot auf der straße der senior ist irgendwo da der strecker mein nomi der junge weg doch keine schlimmer jemand hat ihn lebendig gehäutet das ist der der jetzt hier unten steht ihr da oder an dem so da wollte ich hin mit dem will ich reden ich habe hier sehr viel zu tun biko können wir uns unterhalten na klar ich hätte eine gute geschäftsgelegenheit wir hören uns das erstmal angucken wartet für einer ist ihr wirkt auf mich wie jemand der eine gute geschäftsgelegenheit erkennt wenn er eine sieht hohe gewinne winken werdet ihr mich anhören von was für einer guten geschäftsgelegenheit sprecht ihr da mehr geschäft für mich mehr gold für euch ich glaube die kaiserlichen nennen so etwas einen beiderseitigen zu gewinnen kapitän jimila die bekannte händlerin hat am hafen angelegt wenn wir sie überzeugen können meine wasser sattels auszuführen würden sich endlose gewinnmöglichkeiten ergeben was ist ein wasser sattel das instrument meines volks viele agonia erinnert das liebliche quaken eines wasser sattels an die töne der heimat fungiert als meine unterhändlerin und präsentiert kapitän jimila diese gelegenheit helft mir dabei ein handelsabkommen zu schließen und ich werde euch entlohnen ok was soll ich denn für euch tun als erstes müssen wir viel über kapitän jimila in erfahrung bringen und darüber wie man einen guten eindruck bei ihr hinterlässt sprecht mit leuten die schon handel mit ihr getrieben haben zum beispiel tollwien krallt die geister und ruja waren ich melde mich dann bei euch damit wir unseren nächsten schritt planen können so ich habe schon mit captain jimila jimila zusammengearbeitet die kam mir bekannt vor ihr habt mit dem legendären kajit kapitän zusammengearbeitet beko heute scheint wahrlich die sonne auf mich trotzdem will ich keinen handel der sich nur auf ihrem guten willen euch gegenüber gründet wir müssen ihr beweisen dass ich ein würdiger handelspartner bin naja wir könnt ja nicht wir ja wir können ja nicht hier sagen ja das ist ein guter handelspartner wir kennen ihn ja selber nicht ok warum wollt ihr mich als unterhändlerin entsenden warum sprecht ihr nicht selbst mit der cap mit captain jimila zum waren des scheins beko zum waren des scheins jimila bereist die welt und hat einen erlesenen geschmack man kann nicht einfach an sie herantreten und ihr waren anbieten wie ein reisender händler nein wir müssen einen guten eindruck machen und dafür brauche ich euch als unterhändlerin lässt eine unterhändlerin einen wirklich wichtiger erscheinen also ich finde der nicht weil ich gehe jetzt mal davon aus du gehst dahinter und 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 verhandelst mit jemanden für irgendetwas und 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 warum kommt denn der nicht selber das ist immer von von person zu person glaube ich anders lässt eine unterhändlerin einen wirklich wichtiger erscheinen natürlich außenstehende sprechen besser auf leute an die sie als wichtig betrachten wir sind partner gleichgestellt in diesem unterfang fungiert nur zum schein als meine unterhändlerin so erscheinen wir beide in einem besseren licht und können eher einen handel mit dem kapitän abschließen okay so was ist das hier das ist ja ein musikladen lass uns mal da rein gehen mal kurz mal gucken okay gut wir sollen jetzt mit äh tolwin bordier wo sind denn die alle jetzt so warte mal da haben wir ihn guck mal da unten ist schon einer hier an dem ähm häusken eure augen sind so reizend wie schlammige pfützen tief im sumpf oh gullisch was ihr für dinge sagt oh kevin oh chantal oh hört auf ich werde noch ganz rot ja gibt es etwas was ich für euch tun kann oh jähl peko oh jähl was ist denn das alles ich würde erstmal wissen warum ihr hier wird was heißt oh jähl oh jähl oh jähl oh jähl warum häng ich hier ich häng hier irgendwo ich häng hier irgendwo ich häng mal in meinem leben hier äh wie ich das verstanden habe habt ihr eine abmachung mit captain jimila getroffen irgendwelche vorschläge wie man sie beeindrucken kann worum geht es hier wirklich außenstehende versucht ihr euch in meine geschäfte einzumischen ich versichere euch dass kapitän jimila schurken und betrüger auf den ersten blick erkennt deshalb haben wir ja auch so eine unumstößliche abmachung mhm solange ihr keine wasser sattels verkauft braucht ihr euch keinerlei sorgen zu machen aber wenn ihr wasser sattels verkauft habt ihr einen mächtigen feind dazu gewonnen stellen wir jetzt wirklich die frage die vagabund aber wir haben schon mit captain jimila zusammengearbeitet und ich glaube auch zu wissen dass wir die vagabund kennen aber gut die vagabund ja die vagabund das schiff von kapitän jimila ohne gutes schiff kann sie ja wohl schlecht eine seefahrerin und berühmte händlerin sein ihr müsst diese dinge wissen wenn ihr darauf hoffen wollt den kapitän zu beeindrucken danke für den hinweis wir müssen überhaupt nichts beeindrucken wir kennen die schon wissen wir machen jetzt hier okay aber okay so wir müssen hier hoch wir müssen hier hoch wir müssen hier hoch ach hier hinten warte mal hier sind hier bücherläden äh bücher äh dingens was und die schreinerbank ist hier haben wir noch was zum verschreinern hier budi was machst du da schon wieder psch alles gut So, okay. Alles gut. Willkommen in Lielmoot, meine Freundin. Ist das ein kluger und fachkundiger Blick, den ich da wahrnehme? Ich erkenne doch einen anderen Unternehmer, wenn ich einen sehe. Ich bin ein Finanzier, wisst ihr, und ich habe einen spannenden Geschäftsvorschlag. Nur, falls ihr Interesse habt, natürlich. Ich arbeite bereits mit Neshteka und ich hoffe, eine Abmachung mit Käpt'n Jimila treffen zu können. Die kajitische Seefahrerin, hm? Ha, alle wollen mit Jimila arbeiten. Ich bin ihr vor ein paar Monaten begegnet. Ich brauchte ein verlässliches Schiff für den Transport von Handelsgütern aus Alikr. Keine leichte Sache wegen des Krieges und all dem. Jimila machte mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte. Was habt ihr getan, um sie zu beeindrucken und den Handel in trockene Tücher zu bringen? Um sie zu beeindrucken? Nein, das war nicht die Art, wie diese Seefahrerin und ich uns annäherten. Nein, ich zeigte ihr gegenüber Anstand und Respekt. Ich ordnete mich ihrem Wissen und ihrer Erfahrung unter und ließ sie den bestmöglichen Weg für eine Zusammenarbeit vorschlagen. So bin ich Jimila ins Auge gefallen. Hm, danke für diese Information. Thank you for this information. So, der nächste haben wir da drüben. Gildenhalle. Der Krieger-Gilde, so wie das aussieht. Da ist er. Ihr seht nicht aus, als ob ihr Schutz bräuchtet, Scharfzahn. Braucht ihr etwas oder ist das ein Höflichkeitsbesuch? Und falls ich wen getötet haben sollte, den ihr kanntet, dann denkt daran, dass ich ein Söldner bin. Es war nichts Persönliches, es war rein geschäftlich. Oh, dachte jetzt, krallt die Geister. Ist eine Frau. Da ist er natürlich. Neshteka schickt mich. Wir hoffen, eine Abmachung mit Käpt'n Jimila treffen zu können und sind auf der Suche nach ein paar Ratschlägen. Neshteka, der Instrumentenmacher? Interessant. Klar kenne ich den Kapitän. Sie heuert mich manchmal an, um sie durch die Marsch zu eskortieren. Ich habe sogar Schutzdienste für sie geleistet, als sie das letzte Mal hier im Hafen war. Ich habe bereits gehört, dass sie wieder da ist, aber ich habe noch nicht mit ihr gesprochen. Heuert euch Käpt'n Jimila oft zum Schutz an? Oft genug, dass ein paar Mahlzeiten für mich dabei herausbringen. Der Kapitän kann gut auf sich aufpassen, aber sie weiß den Wert einheimischer Talente zu schätzen. Das Anheuern einer Soldklinge wie mir versorgt sie mit jemandem, der die Sprache spricht und die örtlichen Gebräuche kennt. Wie habt ihr den Käpt'n beeindruckt und sein Vertrauen gewonnen? Ich habe meine Arbeit gemacht und darauf geachtet, die Befehle des Kapitäns wortgetreu umzusetzen. Kapitän Jimila weiß einen nüchternen Ansatz in meinem Metier zu schätzen. Ich erledige die raue Arbeit, aber ich stifte nie Ärger. Ich löse Probleme, ich verursache sie nicht. Hm, guter Ansatz. Ihr klingt nicht wie die anderen Argonia, mit denen ich hier in Trübenburg gesprochen habe. Das überrascht mich nicht. Ich bin das, was die Einheimischen ein Lukiul-Argonia nennen. Jemanden von außerhalb der Stadt. Damit sind im Grunde alle Argonia gemeint, die den Sumpf verlassen und unter den Trockenhäuten leben. So wie all jene, die in anderen Regionen geboren sind. Werden Lukiuls hier anders behandelt? Man erntet ein paar misstrauische Blicke von den Einheimischen. Vor allem von den Naga. Aber größtenteils lässt man uns mehr oder weniger in Ruhe. Ehrlich gesagt, müsste man sich schon große Mühe geben, in Trübenburg einen Argonia zu finden, dem überhaupt irgendetwas übel aufstößt. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Okay, so. Oh, das ist ja schon hier. Moin. Hast du mich verfolgt, oder was? Ah, meine Freundin und Partnerin. Wart ihr in der Lage herauszufinden, was Kapitän Gimila mag und was sie nicht mag? Alles, was unsere Aussichten auf einen Geschäftsabschluss erhöht, wäre hilfreich. Alter, wächst mir hier ein Pickel an der Wange, unterm Bart. Oh, furchtbar. Ich komme wieder in die Pubertät. Und? Obwohl ich immer das Gefühl hatte, ich war nie drin gewesen. Während andere so aufmüpfig und sonst was war, wurde ich immer Ruhe und hab mich von allem abgeseilt. Na, da wollten sie dann nur noch auf Disco und feiern jenen und hier und hast du nicht gesehen. Und Budi wurde immer Ruhe. Der Käpt'n reagiert gut auf Respekt, ehrliches Feilschen und eine nüchterne Herangehensweise. Nun, dann sollten wir ja kaum Ärger bekommen. Wenn es ums Geschäft geht, kann ich all diese Dinge und noch einiges mehr bieten. Wir müssen nur schnell ein Wasser-Satel fertigstellen, damit wir es dem lieben Kapitän präsentieren können. Das wird sie mit Sicherheit davon überzeugen, sich mit uns abzugeben. Wie kann ich euch helfen? Ihr könnt die Frösche sammeln, während ich dem Instrument den letzten Schliff verpasse. Wir brauchen Moosfußquaker, Rubin-Hüpfer, Indigo-Baumfrösche und Sonnensegenkröten. Ich habe alles aufgeschrieben, damit ihr die Einzelheiten nicht alle im Kopf behalten müsst. Warum braucht ihr mich, um Frösche zu sammeln? Was für eine sonderbare Frage. Wir brauchen Frösche für den Wasser-Satel. Wie soll dieses Instrument denn sonst seine süßen Melodien erzeugen? Diese Notiz erklärt, wie man jeden der Frösche fängt. Sobald ihr sie alle habt, kehrt in meinen Laden zurück. Dann bauen wir das Instrument zu Ende. Ich habe noch ein paar Fragen, bevor ich mich dazu bereit erkläre, diese Frösche zu sammeln. Fragt und ich werde mein Bestes versuchen, eine Antwort zu geben. Partner müssen vollkommen ehrlich zueinander sein. Wenn es um umfassende Aufrichtigkeit geht, ist das Liefern detaillierter Erklärungen nur der Pilz auf dem Baumstamm. Okay. Ich verstehe nicht, was die Frösche mit einem Musikinstrument zu tun haben. Die Frösche sind das Herz des Wasser-Satel. Wenn jeder kleine Quaker erst einmal sicher in seiner kleinen Kammer im Innern des Instruments sitzt, wird er mit seiner Stimme zur Erzeugung des melodiösen Klanges beitragen. Glückliche Frösche bringen dabei die harmonischsten und heitersten Töne hervor. Glückliche Frösche, Junge, die werden dahin gesperrt, nur damit sie als Musikinstrument fungieren. Hey! Stellt euch doch nur vor, in einer sicheren und annehmlichen Umgebung verwöhnt und versorgt zu werden, während ihr gemeinsam mit euren engsten und teuersten Freunden singt. Das ist das Leben meines Wasser-Satel-Froschs. Jedes Nest im Innern der Kammer ist warm und feucht und voller Schlamm und köstlicher Leckerbissen. Okay. Wo finde ich die Frösche, die ihr braucht? Moosfußquaker nisten dem Schilf, das am Ufer westlich von Lilmoth wächst. Diese verspielten Frösche haben keine natürlichen Feinde. Sie begrüßen Besucher ganz offen. Ich schlage vor, dass ihr diese grünen Kerlchen als erste sammelt, da sie am leichtesten zu fangen sind. Okay, jetzt erzähl mir von den anderen Fröschen. Sucht als zweites nach den Rubin-Hüpfern. Diese roten Frösche sonnen sich gern auf Steinen rings um Lilmoth. Nähert euch aber vorsichtig, denn sonst tritt der Rubin-Hüpfer die Flucht an. Sind sie erst einmal verängstigt, verstecken sie sich oft bei dem großen Baum in der Mitte der Stadt. Was ist mit dem dritten Frosch? Ah, der Indigo-Baumfrosch. Er nistet hoch in den Bäumen, aber liebt den Geschmack von Fleischfliegen. Findet die richtigen Bäume, sammelt ein paar Insekten und lasst sie unter den Zweigen frei. Wenn der blaue Frosch herunterhüpft, um sich den Bauch vollzuschlagen, schnappt ihr ihn euch einfach. Und der letzte Frosch, den ihr braucht? Sonnensägenkröten. Sie nisten in Schlammgruben, aus denen sie nur alle paar Jahre auftauchen, um sich zu paaren. Um sie hervorzulocken, stellt ihr einen Duftstoff aus Stinksäcke, Salzbinse und Freudmalve her. Findet eine Grube mit einem Quagrad und schüttet den Duftstoff über euch aus. Dann dreht ihr einfach nur noch das Rad. Ich verstehe nicht, was die Forscher mit einem Musikinstrument zu tun haben. Das haben wir doch schon geklärt. Das wollte ich wissen. Ich gehe jetzt Frosche sammeln. Ich bin in meinem Laden und bereite den Wassersattel vor. Bis bald, Partnerin. Jo. So, jetzt kicken wir mal. Wir haben hier... Rechts haben wir schon mal was. Moosfußquaker. So, und die restlichen Frosche sind wo? Die sehe ich von hier aus noch nicht. Okay, wir müssen da irgendwo rüber. Nehmen wir erstmal hier hin. Der fiedelt sich hier hin ab. Der wird für die Nagerkur eintreten. Der fiedelt sich hier hin ab, doch Junge. Das ist eine wahre Pracht. Ah, gut, der flötet sich hin. So, wir könnten natürlich auch das Pferd holen. Können wir jetzt auch mal tun und sind schon da. Okay. So, das haben wir. Dann tüdeln wir jetzt mal raus. Okay. Ist nicht so gut gelaufen. Bergblume. Oh. Hier ist ja schon was los hier. Komm mal, da hinten ist was. Da ist auch was. So, und wenn wir erstmal da hin reiten... Sucht nach Steinen mit Wasser. Was? Sucht nach Steinen mit Wasser? Kletter doch einfach da hoch, Mensch. Oh, der ist aber... Ich brauche jemanden, der sich auch die Finger schmutzig macht. Seid ihr das? Ich habe es gerade gehört. Jemand fand dann leidtot auf der Straße. So, was haben wir da? Nee, da haben wir noch eine Aufgabe. So, jetzt müssen wir da oben hin. Okay. Haben wir, haben wir, haben wir. Finde den Ding hier oben, wo wir oben schreien. Eure Augen sind so reizend wie schlammige Pfützen. Tief im Sumpf. Oh, schnell weg hier. Oh, Gullisch. Was ist das? Ich finde es schon schlimm genug, dass man hier überhaupt ständig diese Quatsche zu hören kriegt. Also, ich finde es richtig extremst. Die Bälle? Nee, die mussten wir nicht fangen, nee. Sammelt Fleisch fliegen. Warte mal hier, irgendwo Fleisch fliegen. Da. Da. Nöt. Jetzt müssen wir die hier freilassen. Hallo. So, haben wir. Nöt. Jetzt sollen wir noch so ein paar Dinge suchen hier. Das ist da drüben irgendwo. Ist da drinnen? Entschuldigung. Oh, hier komme ich näher hin. Ach, hier ist der Eingang. So, dann haben wir hier schon mal was. Ja, haben wir. Seid mir noch einmal gegrüßt, meine Freundin. Wie läuft das Frosch sammeln? Lüft. Muss ich jetzt mit ihm reden? Ich hasse es, euch zu belästigen, Freundpartnerin. Aber ihr wart eine ganze Weile weg. Bereiten euch die Frösche Ärger? Na. Ich frage nur, weil es mir so schrecklich wichtig ist, einen Handeln mit Kapitän Jemila abzuschließen. Junge, bleibt doch mal ruhig hier. Ich habe alle Frösche gesammelt, abgesehen von der Sonnensägenkröte. Ja, ja. Ich hätte das bemerken sollen. Euer Kopf quillt ja quasi über. Und was die Sonnensägenkröten angeht, die sind auch die schlüpfrigsten aus dem ganzen Haufen. Muss ich euch noch einmal erzählen, wie man sie sammelt? Nö. Dann will ich euch nicht aufhalten, Beko. Geht da raus und sammelt die letzten Kröten. Jo, und jetzt lass mir hier arbeiten, du Lump. Warte mal, das ist da hinten irgendwo. Ach so, wir müssen da hin. Ich bin schon wieder zu dem anderen Ding hier ran. Habt ihr das mitgekriegt? Ja, der geht mir aber auf den... ...auf den Zeiger. So, alles klar. Jut. Stellt... ...haben wir. Jetzt müssen wir... ...dein. Das ist eine seltsame Quest. Wir brauchen davon. Ach so, wir haben schon. Okay. So, da drüben ist noch ein Ding, da will ich jetzt erstmal nicht hin. Nicht, dass da eine Queste ist. So, wir stinken wie so ein Widerob. Das stand aber nicht im Vertrag, dass ich mich hier einreiben muss mit dem hier Lumpa. Wo war denn hier der Eingang? Ist hier der Eingang? Ist da vorne jetzt ein Eingang? Ne, warte mal, da ist so eine fette Qualle. Wo sind hier ein Eingang? Verdammt. Hallo? Ich bin doch vorhin irgendwo langgekommen. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Naja, wir gehen erstmal hier rum hier. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo ein Schlupfloch. Das wir nutzen können. Für unsere Schandtaten. Nämlich hier hinzukommen. Guck mal, hier jetzt schon... Gibt hier rennen wir irgendwo? Hallo? Da... Oh, da ist... Oh, da. Da ist ja schon was. Ne, da kommen wir... Da kommen wir ja in ein scheiß Haus hier rein, oder was? Oh, jetzt sind... In der Lesen. Also hier Controller ist ziemlich... Ziemlich leicht, alles. Wie, kann hier noch nicht mal was nehmen, oder was? Schwerer Sack. Ja, nimm mit alles. Das brauche ich nämlich hier auch nicht. Wo ist denn hier der Eingang, Jungens? Freunde, ist hier nicht irgendwo eine Straße? Hier kommt eine Straße. Hier, 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 hier. Hier jetzt drin. Oh, Wien-Esche brauchen wir nicht. Oh, guck mal hier, Schweinchen. Wir sind da, wir sind da. Hurra, hurra. Wir sind da, wir sind da. Bla, 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 bla. So, wo muss ich denn jetzt hin? Drehen wir mal in irgendeine Richtung da lang. Journey more. So, tief ist jetzt auch nicht. Da hätten wir, glaube ich, auch laufen können, oder? Gut, wir sollen bestimmt so den in dem Musikladen. Das werden wir auch gleich mal tun. Warte mal, wo ist der jetzt? Ach, da hinten. Mann, ist doch gut mit deinen Scheißaugen, Junge. Wenn du die mal pimpern willst, dann mache gleich. Rieche ich da das Aroma von Krötenmoschus? Wie herrlich. Ich hoffe, ihr seid sanft mit den kleinen Quakern umgesprungen. Sie müssen ruhig und entspannt sein, um die angenehmsten Töne hervorzubringen. Ja, aber lass dir halt eine Zunge bei dir, Freundchen. Der ist ja schon ganz, ganz aufgeriecht, weil wir hier nach Krötenmoschus ruhig riechen. So, alle heil und unversehrt. Das sind sie. Wie schön, dass ihr kleinen Quaker euch zu uns gesellt. Gehen wir hinein, Beko. Unser freundlicher Chor muss in den Bossersattel eingesetzt werden. Ich beneide sie um ihr neues Leben in verschwenderischem Luxus. Wir sollten alle so viel Glück haben. Okay. Willkommen in eurem neuen Zuhause, meine kleinen Freunde. Prüfen wir nun mal den Klang. Die reinste Perfektion bringt dieses Meisterwerk mit meinen besten Grüßen zu Kapitän Jimila. Das sollte uns einen Handel sichern. Unsere kleinen Freunde sind glücklich. Ich bin glücklich. Und Kapitän Jimila wird auch sehr bald schon glücklich sein. Oh, sonnenerfüllter Tag. Denkt daran. Wenn der Kapitän euch fragt, wer dieses Meisterstück geschaffen hat, ruft ihr meinen Namen mit großer Inbrunst. Neshteka, der Stolz von Leelmuth. Alles klar. So können wir das Ding jetzt hier nehmen. Eigentlich würde ich das bloß nehmen. Wir haben immer mit hier das Ding. Jetzt müssen wir über den wieder reden. Unsere kleinen Freunde sind glücklich. Ich bin glücklich. Und Kapitän Jimila wird auch sehr bald schon glücklich sein. Oh, sonnenerfüllter Tag. Denkt daran. Wenn der Kapitän euch fragt, wer dieses Meisterstück geschaffen hat, ruft ihr meinen Namen mit großer Inbrunst. Neshteka, der Stolz von Leelmuth. Das hatten wir bereits. Naja, okay. So, irgendeine Ahnung, wo ich Jimila finde? Wahrscheinlich am Pier? Am Hafen? Natürlich. Ich halte immer ein Ohr nach wichtigem Wissen wie diesem offen. Nach dem, was ich zuletzt gehört habe, war Kapitän Jimila am Trinken in der Taverne. Geht zu ihr, stellt euch ihr als meine Unterhändlerin vor, gebt ihr den Vossersattel und bringt sie dazu, diese Instrumente auszuführen. Alles klar. Also ich saufen. Doch, nicht am Hafen. Aber vielleicht ist die Kneipe am Hafen. Und die heißt doch so, die Kneipe am Hafen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Warte mal, wir müssen rechts lang. Oh, deine Augen. Du hast doch hoffentlich nur gute Absichten. Oh, sind die weg? Oh, sind die weg? Hat er sie endlich überzeugt? Machen die jetzt Ramba Zamba? Zin, 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 zin? Zin, zin? Bumsi, bummsi? Was ist denn da los? Gott, Kevin und Chantal sind weg. Nein. So. Jimila, du alte Socke. Ich bin überrascht, euch in diesem Teil der Welt zu sehen, alte Freundin. Alt. Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Es tut immer gut, euch zu sehen. Aber was macht ihr in diesem Land voller Schlamm und Ungeziefer? Jimila, war das nicht die, die da irgendwie in dieser Höhle war? War das nicht die Kapitäne, wo dann gemeutert wurde irgendwie? War das die? Ich glaube, ja. Ich bin auch im Auftrag von Nesh Deka hier, um euch einen Handel anzubieten. Faszinierend. Der Handel führt mich am Ende immer wieder in diesen Sumpf. So viele Kapitäne halten Lilmuth für unter ihrer Würde, aber ihr Verlust ist mein Gewinn. Nun gut, sprecht. Was schlagt ihr vor? Nun, zunächst einmal möchte Nesh Deka, dass ihr diesen Vossersattel als Geschenk bekommt, damit ihr sein Geschick erkennen könnt. Vosser? Was genau? Erzählt mir mehr, Unterhändlerin. Was ist das für ein Gerät und warum sollte es mich interessieren? Unterhändlerin, eben waren nur noch alte Freundin, obwohl ich... So alt bin ich noch nicht. Obwohl, bei der Elfen... Naja. Hm. Der Vossersattel ist ein Musikinstrument. Argonia in anderen Ländern werden es lieben, den Klang ihrer Heimat zu hören. Hm, der Klang der Heimat. Ja, darin kann ich den Profit sehen. Ich würde mich an Kavernenwirte mit argonischen Gästen wenden. Was für ein Instrument ist es denn? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist eine Mischung aus Blasinstrument und Klavier. Frösche machen die Töne. Ich glaube, was ihr gerade sagtet, macht erst nach ein paar Humpen Sinn. Aber es ist exotisch. So viel gebe ich zu. Und ich mag Herausforderungen. Was schön. Sagt Neshtika, dass wir im Geschäft sind. Fangen wir mit fünf Stück davon an und sehen wir, wie sie sich verkaufen. Alles klar. So, sagt sie noch irgendwas? Es klang für mich wie... Nun, wie ein Haufen Quaken der Frösche. Aber ich schätze, für Argonia mag dieser Klang beruhigend sein. Wir werden sehen, wie es sich verkauft. Und dann entscheiden, ob wir unser Arrangement ausweiten oder nicht. Alles klar. Es klang wie Quaken der Frösche. Jetzt sind Quaken der Frösche, Mensch. Warte, wo muss ich denn jetzt hin? Da hinten. So. Mein Freund. Dann erzählt mal, Freund, Partnerin. War Kapitän Gemila beeindruckt? Wird sie meine Wasser-Sattels in fernen Landen verkaufen? Ja. Wir sind im Geschäft. Der Käpt'n nimmt erst mal fünf Wasser-Sattels. Die Sonne scheint auf meine Schuppen. Fünf Wasser-Sattels. Ich werde so viele Frösche brauchen. Keine Sorge, Beko. Diesmal sammle ich die kleinen Quaker selbst. Die nächsten paar Tage werden sehr geschäftig, aber auch sehr profitabel. Wo wir gerade von Profiten sprechen, das ist für euch. Vielen Dank. So. Der Klang der Heimat. Hab Dank für all eure Hilfe, Freund, Partnerin. Ich könnte den ganzen Tag mit euch über die Wunder von Trübmoor plaudern, aber ich habe noch zu tun und neue Wasser-Sattels zu bauen. Bald wird ganz Tamriel zu den beruhigenden Klängen des schönen Froschgesangs entschlummern. Hm, alles klar. Haben wir hier noch irgendwas Frösche sammeln richtig gemacht? So, Freund Beko, ihr müsst folgende Frösche sammeln. Könnt ihr euch mal durchlesen und dann könnt ihr rausgehen in die Natur und diese Frösche sammeln und dann könnt ihr euer eigenes Wassersattel bauen und vielleicht auch Freude dran haben. Aber ich gebe euch einen Tipp. Lasst es nicht die Tierschützer sehen, weil dann ist nämlich Käse. So, Freunde der Sonne. Warum ist der gerade mitgekommen? Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Wir haben eine Folge rum. Jo, 41 Minuten, wo den Stichschnitten bleibt so. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Oh, wer ist die denn? Oh, okay. Haltet die Ohren steif und nur die Ohren, Freunde oder so, ne? Und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. tü-dü-dü